Wie anders machst du denn im Lebenszentrum? Meine Aufgabe hier ist die Aufgabe der Sprachtherapeuten. Unsere Bewohner haben eine hohe Einschränkung in ihrer lautsprachlichen und überhaupt kommunikativen Äußerung und daher nutzen wir Hilfsmittel der unterstützenden Kommunikation. Und was sind das für Hilfsmittel? Unterstützende Kommunikation ist ein Konzept, bei dem sich nicht lautsprachlich äußernde Menschen auch aktiv und selbstbestimmt äußern können. Ganz wichtig ist dabei dieser Aspekt der Selbstbestimmung. Aus. Aus. Untertitelung des ZDF, 2020